Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play, ne nicht mal Let's Play, von Jump League. Was geht ab bei euch? Alles fresh, alles fit, alles, oh Gott, da war ein Loch. Ja, hier lang. Hatten wir das Modul schon mal? Ich glaube nicht, oder? Ich kenne es nur, ich weiß nur nicht, ob wir das schon mal in einem Part hatten. Ich glaube aber nicht. Okay, nice, den Jump haben wir gepackt, beziehungsweise das Modul und da falle ich gleich erst runter, nice. Und hopp, hopp, hopp. Okay, nice, 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 nice. Ja, ich habe ein neues Texture Pack drin, wie ihr bemerkt haben solltet. Das Sparks, Sparks Texture Pack, nice. Oh Gott, also wir sind erstaunlich selten runtergefallen heute, äh, bisher. Einmal erst, oder? Ich glaube echt erst einmal. Habe ich da irgendwo? Nein, da ist keine Kiste, glaube ich. Ich hoffe, ich habe die Kiste jetzt nicht verpeilt. Nein, hier oben ist die nice. Und eigentlich nur Crap drin. Wir sind echt gut dabei. Uh. Nein, das ist eine Fackel, okay. Ähm, hopp, nein, okay. Das, ah, das ist die Kiste, läuft. Oh mein Gott, das war super Equip eigentlich. Oh, ooooh. Okay, das war natürlich super gejumpt, muss ich sagen. Okay, dorthin. Dorthin. Nein, scheiße, okay. Aber, wir sind ganz gut dabei. Wir sind Zweiter, das ist super. Hm. Okay, nice. Oh mein Gott. Och, nicht das Modul. Nein, nicht das Modul. Muss es unbedingt das Modul sein. Ah. Wegen diesem Jump da, ey. Und nach den Jumps kommt auch nochmal irgendeine Scheiße. Irgendein beschissener Jump. Okay. Ah. Okay, ich schaffe das noch. Irgendwann. Ich habe dieses Modul nicht einmal geschafft bisher. Oh Gott, okay. Konzentration, Doki. Konzentration. Ich weiß nicht, ob mein Kaugummi Essen, Kauen, was auch immer. In der Aufnahme ein bisschen stören wird. Ich hoffe nicht. Ansonsten muss ich das gleich nochmal raus machen. Okay, jetzt aber, komm. Okay. Okay. Nice, nice, nice. Oh Gott, das Wappen. Aber wir waren gerade, wir sind mit den anderen relativ gleich auf. Mann. Oh Mann. Ich will jedenfalls die Kiste da oben bekommen. Die ist nämlich, nach dem Leiterjump ist die Kiste. Also da oben ist die Kiste. Und die Jumps sind auch gar nicht mal wirklich da oben so schwer. Aber der, ich glaube der vorletzte, der letzte. Jump oder einer der letzten Jumps ist auf jeden Fall nochmal richtig nervig. Okay, jetzt aber. No. Okay, komm schon. Dein Ernst. Ich will das jetzt packen. Ich, ich, ne. Ich kann dieses Modul einfach nicht. Okay. Nein, Mann. Oh Leute. Aber wir haben ja an sich relativ gutes Equipment am Anfang jetzt bekommen. Aber. Ich will halt. Mehr. Nice. Und hier ist die Kiste. Noch ein Steinschwert. Wow. Das ist ja unglaublich. Okay. Okay. Dort hin, genau. Der Jump ist auch noch easy. Der Jump ist auch noch easy. Und. Nice. Ich hab das Modul endlich mal gepackt. Ich bin stolz auf mich. Woo. Okay. Wir sind wieder ganz gut dabei. Noch eine Eisenachse. Wir haben doch schon eine Eisenachse bekommen. Mann, ey. So ein bisschen anderes Eisen Equipment an sich wäre ja echt schnieke. Oh Gott. Das war zu weit gejumpt. So. Okay. Huh? Nein. Aber wir sind ganz gut dabei. Okay. Das war richtig schlecht. Wow. Das war auch scheiße. Okay. Nein. Da bin ich zu spät gesprungen. Da war ein bisschen zu früh. Ich hasse auch Soul Sand Jumps, Alter. Ich hasse so viele Jumps eigentlich, ne? Okay. Nein. Soul Sand Jumps sind aber auch echt anstrengend. Weil du halt... Komm schon. Aber wie es aussieht, scheint dann die meisten hier vorne an dem Jump. Nice. Okay. Aber die Kiste ist auch so weit weg. Oh Mann, ey. Okay. 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 Okay, nice. Dort hin. Dort hin. Dort hin. Nein, nein. Nein. Verdammt, Leute. Verdammt. Wir waren gerade so weit. So verdammt weit. Wow. Lass ich den Jump noch gepackt ab. Im Nachhinein. Obwohl ich vorher nicht gesprintet bin. Wundert mich gerade ein bisschen. Huh? Nice. Nein. Es war viel zu früh gejumpt. Okay. Okay. Nice. Nice, 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 nice. Nein. Oh Mann. Hm? Nice. Okay. So langsam kriege ich es hin. So langsam kriege ich es hin. Nein. Das ist doch viel zu früh gejumpt, oder? Ja, viel zu früh. Aber das Gute ist, es ist halt, die anderen sind nicht vor uns. Wir sind eher so diejenigen, die hier relativ weit kommen. Ich will die Kiste da noch haben. Eine Minute 19. Das müsste ich hinkriegen, oder? Komm schon. Komm schon, Doki. Ich glaube an dich. Ich spring da viel zu früh ab. Viel zu früh. Okay. Immerhin kriege ich die Jumps jetzt recht gut hin. Das ist halt das Positive, würde ich sagen. Okay. Oder auch nicht. Okay. Moment. Aber was kann ich in einem Run eigentlich durchziehen? Wenn ich hier das nicht failen würde. Genau. Also der, der Konkurrenz für mich war, also noch hinter mir direkt. Oder bei mir. Der hat gerade gelieft. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt doch der letzte Try. Ja, okay. Dann equippe ich mich jetzt erstmal. Schuhe haben wir. Das haben wir. Wir haben keine Hose und keinen Helm gefunden. Okay. Ich benutze das Steinschwert. Dann kommt das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Wir haben eh keine Pfeile. Das ist ein bisschen doof. TNT. Wir haben Essen. Könnten wir uns Pfeile craften? Nee. Doch. Ein. Aber wir haben keine Workbench. Boah. Wir haben echt scheiße Equip. Aber ich denke mal, dass die anderen auch nicht so ein gutes Equip haben dürften. So an sich. Weil wir recht weit gekommen sind. Jetzt lauf doch nicht weg hier. Also wenn ich wen töte und ne Kiste bekomme, dann nehm ich mir auf jeden Fall Essen raus. Kommt. Dass sie jetzt endlich mal hier stehen bleibt und hier fightet. Nice. Okay. Den haben wir. Lol. Da ist einer. Nice. Den haben wir auch. Da ist der Nächste. Oh Gott. Lol. Da war ne Wand. Ich hab das ohne Scheiß nicht gemerkt. Dass da ne Wand ist. Wow. Ich bin begeistert von... Da kann ich nicht... Äh, lang. Okay. Was sind die? Da komm ich nicht raus. Okay. Ich kann den nicht halt nochmal hier rum. Komm, den krieg ich jetzt. Nice. Okay, der andere ist weg. Äh, Essen. Essen. Hose. Lo, als ob der was rausgenommen hat. Spast. Ich brauch nen Helm. TNT. Essen. Essen. Stick. Zack und... Hab ich die Hose... Ich hab die Hose nicht rausgeguckt. Oh Gott, hab ich mich grad erschrocken. Alter Vater, hab ich mich grad erschrocken. Hab man vielleicht minimal gemerkt bei meinem Zusammenzucken. Ähm. Alter Vater, ich glaub ich hab mir noch nie so sehr bei Minecraft erschrocken, ey. Ah doch, doch. Mir fällt da einmal ein. Aber das erzähl ich dann in der nächsten Runde. Beim Jumpen. Hab ich jedenfalls was beim Jumpen zu erzählen. Nice, okay. Den haben wir, den haben wir. Kann ich jetzt mal essen? Danke. Dann hol ich ihn mir jetzt. Da ist er. Nein. Na, er klatscht mich natürlich weg. Verdammt. Aber es war ein gutes Match, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall in Ordnung. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Dieses Video bewerten und es mit euren Freunden teilen oder teilen allgemein. Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Haut da rein.